Willkommen, liebe Elliot Waver, zu einem weiteren Video, diesmal eine Analyse des Dow Jones Index. Mein Name ist Frank Schuh von Elliot Waver Live. Und wir fangen direkt an mit dem Tagesschart. Es zeichnet sich nach den Abschlägen der letzten Tage mehr und mehr ab, dass wir hier ein bürgerisches Szenario haben. Die Chance, dass er jetzt nach oben durchzieht, wird immer kleiner. Deswegen habe ich jetzt hier dieses Szenario als das Wahrscheinlichste herausgefunden. Im Wochenschart sehen wir, dass wir da durchaus noch Platz haben, bis in den Bereich 28.927, in diesem Bereich etwa. Hier hat sich jetzt möglicherweise die Welle 1 nämlich gebildet, die Welle 2. Und es sieht ganz so aus, als ob wir hier schon bereits in der Welle 3 sind. Und wir müssten jetzt hier, wo diese 5 aufgehört hat, müssten wir jetzt unsere MOB, unsere Make-or-Break-Linie hinlegen. Weil, wenn der Markt jetzt noch diesen Weg zurücklegt von 30.853 und noch rund 100 und, was sind's, ich sag mal einfach zwischen 1.200 Punkten noch weiter sinkt, dann wird dieses Szenario sich hier so ausspielen, wie ich es hier eingezeichnet habe. Die Welle 5, die jetzt hier noch etwas unnatürlich abgeknickt ist, die schauen wir uns dann später an. Das müssen wir im Auge behalten, sehr wichtig. Wir gehen jetzt nochmal in einen anderen Chart rein, und zwar 8 Stunden. Hier habe ich die Linie schon eingezeichnet, bei 30.133 wäre die Make-or-Break-Linie. Und das ist das, was sich gerade abzeichnet hier. Das ist aber erst dann hier die Welle 3, die dann hier zu Ende geht, dann kommt eine 4 und noch eine 5 nach unten. Das ist momentan das für mich wahrscheinlichste Szenario für den Dow Jones Index. Wenn Sie nun einen Einstieg suchen in diesen Markt und bereit sind, dieses Risiko hier vom Marktpreis bei 30.853, das ist jetzt außerbörslich der Preis, den wir am Wochenende haben, und hier einem Kurs von 31.271, dann können Sie durchaus diesen Weg weiter nach unten handeln. Und ich schläge da jetzt mal hier ein paar Parameter für Sie fest. Der Entstiegsbereich ist also, wie eben schon gesagt, der Marktpreis, wobei der Preis am Montag bei Eröffnung des Marktes davon abweichen kann. Der Stopp hier oben, am Ende dieser Welle 2, das ist kein kleiner Stopp. Das heißt also, das Risiko ist nicht ohne. Von daher gebe ich Ihnen zwar jetzt hier die Eckdaten und fordere Sie wiederum auf, diese Entscheidung hier sich selber zu treffen. Ich gebe Ihnen auch nur die Marken und Sie setzen das entsprechend bei sich um. Den Zielbereich habe ich hier und nicht da unten hingelegt, weil ich mich dabei hier orientiert habe an dieser Marke von 98.927. Weil hier, der kann zwar weitergehen, aber wir gehen jetzt erstmal sicherheitshalber von diesem Bereich aus. Das Verhältnis ist gut zwischen Risiko und Gewinn, ja. Aber ich werde jetzt erstmal abwarten, ob der Kurs nochmal etwas höher kommt. Die 2 hier würde bei 30.989 ändern. Würde ich jetzt diesen Einstiegskurs verpassen, würde ich auf diesen Trade verzichten. Und das sage ich auch hier ganz klar, ja. Sie haben alle Parameter, die Sie brauchen, um hier zu entscheiden. So viel zum Dow Jones Index. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Handelsentscheidungen. Mein Name ist Frank Schuh von Elliot Waver Live.